Sie hören Tödliche Jagd von Silvia Stolzenburg, gelesen von Brigitte Karlsen. Eine Produktion von Lind & Co. 2018 Kapitel 1 Züricher Zoo Der Tiger schien den Menschen zu wittern, bevor er ihn sah. Träge hob er den Kopf von den Pranken und zog die Läfzen nach oben. Ein Laut, beinahe einem Schnurren gleich, sorgte dafür, dass dem Beobachter auf der Mauer die Nackenhaare zu Berge standen. Ein ehrfürchtiges Prickeln kroch ihm über Rücken und Arme, drang bis in seine Fingerspitzen und ließ ihn schneller atmen. Mit zitternden Händen rückte er das Nachtsichtgerät zurecht, drehte an der Einstellschraube und heftete seinen Blick auf den Jäger. Auf keinen Fall wollte er auch nur eine Sekunde des Schauspiels verpassen. Die Nacht war sternenklar, schwach erhellt von dem beinahe vollen Mond, der vom Wasser des Beckens nahe der Mauer zurückgeworfen wurde. Glatt wie ein Spiegel reflektierte die Oberfläche jede noch so winzige Bewegung, jedes noch so schwache Leuchten am Himmel. Ein Windhauch strich durch die Wipfel der Bäume und ließ die trockenen Blätter des Vorjahres rascheln. Der Schnee war schon längst geschmolzen. Nur die kahlen Äste und das tote Gras erinnerten noch an den Winter, der kein richtiger gewesen war. Atemlos verfolgte die Gestalt auf der Mauer, wie der Tiger auf die Beine kam und die Nase in die Luft regte. Seine Schnurrhaare zuckten. Einige Augenblicke verharrte das Raubtier auf der Stelle, dann setzte es sich gemächlich in Bewegung. Aber wenn ich Schlauael kann, schaut man nicht so vier. Wo können Sie das tr avons, ich habe die Welt als das auf welchem, betrachte der Kahlener Pariyergef Das war es durch die Nase umgleich komplett überstRAuchschelung.